Hallo Leute, heute habe ich einen Raid für euch auf Interchange und da war ich dabei, Shooterborn in Heaven zu machen. Shooterborn wurde ja geändert, man braucht jetzt keine 100 oder 125 Meter mehr und Maps wie Interchange sind auch wieder dabei. Einfach bloß 5 Headshot-Bolt-Action-Kills, egal welche Distanz. Und ja, das lief ganz gut, meine Gegner, ja, da konnte man auch ein bisschen mit der Loot-Gear spielen, aber ich will es nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall war das eine echt schöne Shooterborn-Runde und ja, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, mein Teil unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Hey Unreal, servus. Ja, das mit dem Bart hätte ich schon früher machen sollen. Letex. Nice, ich kann laufen. Relax, servus, la. Howdy, 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 howdy. Wie geht's? Okay. Da ist einer unten drin, ziemlich sicher. Alles gut bei mir, so soll es sein, ne? Freut mich zu hören. Klingt gut, güllig. Wobei Champions League, na, ist nicht meins. Aber, so ist es halt, ne? Ach shit, ey. Ich hasse es. Muss hier unten drin gewesen sein. War das schon oben? Ich bin mir nicht sicher. On Rainbow. Ich habe die Ehre. Moment, ich schaue gleich. Ich brauche gerade meine Augen. Major Tom, danke für den Tier 1. Im sechsten, danke fürs halbe Jahr. Willkommen zurück in der Abo-Falle. Danke für den Support und danke, dass es den Tier 1 bei mir lässt. Weiß ich zu schätzen. Danke für den Beitrag zum Partner Plus und zum Hype Train. SGLex, Gamescom gut überstanden, ja. Zusammenfassung von Arena gibt es mit Ausrufe zu in Arena. Gibt es, habe ich ein YouTube-Video gemacht. Ansonsten war es echt nice. Bin auch nicht krank geworden, Gott sei Dank. Aber auch Benni, danke für den Follow, willkommen. Ich bin in einem Busch da drüben. Ja, Gamescom ist nice gewesen, wirklich. Alasius, danke für den Prime. Danke fürs halbe Jahr. Danke für die netten Worte. Freut mich wirklich. Freut mich, dass mein Content so gut ankommt. Danke, dass den Prime er mir lässt und willkommen zurück in der Abo-Falle. Und für den Beitrag zum Hype Train natürlich. Auf Level 72 und 77 Prozent. Irgendwo unten in der Mitte. Jawohl. Puff, hat's gemacht. Shooter one in heaven, die zweite. Clean, ja. Leute, danke für den Hype Train auf Level 2 von 77 Prozent. Danke für die ganzen Subs. Weiß nicht zu schätzen. Danke für den Support. Ich mag die BBL einfach. Das ist einfach so piff. Weg ist er. Puff. Nächster. Nächster. Weg wäre es schon noch? Weiß ich nicht genau. Bier, Dudle? Ein paar. Noch einige. Aber. Wir kommen hin. Langsam, aber sicher. Mache ich keinen Speedrun. Ich queste vor mich hin und dann haben wir irgendwann den Kapper. So ist der Plan. Oh. Fuck War kein Headshot oder Abpraller, ich weiß nicht Oh, kommen die da echt an und looten? Ja, ich aß, verkack auch noch 19 Tage nach dem Vibe, Captain Chris Ja, wie die halt auf den Geiern, um den zu looten, das ist echt krass Ich weiß auf jeden Fall, dass es noch zwei Mates sind Shit Wir sind echt looten gegangen sind, ne? Hatte Dudes Oh, draußen schießt's auch, ne? Ernsthaft, was ist mit denen? Junge, die sind ja, die sind ja, ne? Die sind schon sehr davon überzeugt, dass ich da oben bin Drausen No, no Scheiß, gehst, hast du Zeit Lassen wir sich den einen da unten erstmal heilen Jetzt schauen wir, was da draußen los ist Dann gehen wir wieder zu den anderen So, da haben wir schon drei Shooter-Bonding-Evon of Interchange Let's go Heinen What? Scheiße Come on, die zwei noch hab ich's Das war Hausdauer Jetzt rennen sie Einen hab ich Oh Der ist liegen geblieben, 100 pro Jo, jo, ich hab ihn Nice Na, guter Schuss Aus dem Laufen, auf die Distanz Moin Gotos Okay, jetzt schauen wir, was der andere macht Der geht jetzt vielleicht sogar schon zum Looten Und dann kommen wir wieder zurück Dann ist der andere looten Man muss die sich bloß parat legen Das ist alles, was zählt Wie, du hast ihn noch nicht looten Na, Zeit, Mann Als ob du den jetzt nicht looten gehst Dann können wir wieder zurück Bis zum nächsten Mal Anfänger Ich bin sicher, okay. ob der sich noch mal zeigt wer weiß sache ist an der stelle lohnt sich überhaupt nicht die ganze zeit hinzuschauen die wahrscheinlichkeit dass er einfach weg rett na retter oh getroffen aber ja der hockt da jetzt halt irgendwo ne welche ammo in der dvl gerade im 80 oh ja das war das dreier trio der gier er hört dass ich jemanden erschieß jetzt aber schnell luten das ist doch nicht das ist doch nicht denen ihr ernst man die hier ist groß so schon bei den helden auf interchange fertig innerhalb von zwei runden könnte schlimmer sein ohne scheiß was für helden das gibt es doch nicht ich mein wort erhöht auf keinen fall auf keinen fall vier das waren 44 shots shooter von in heaven in einer runde hätte ich den anderen noch rausgeholt wird fünf gewesen ja 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 das ist doch nicht den ernst hallo youtube ja tag auf schüler fertig tag auf schüler war schon letzte runde fertig ja geil geil der die servis helft warum wernix kilt bleibt arm tausend tolles art chan die gibt es überall zu sehen Oh mein Gott Der ist nicht totgegangen Oh mein Gott, Customize Dankeschön für den Prime Und diese wundervolle Nachricht, 35 Monate Willkommen zu Genaubefalle, danke für den Support Und natürlich, wo war's, danke noch für die Bits Für den Sound Alert, hab ich grad nicht mitbekommen Wer es war, Dankeschön Danke dafür Und Servus Hockt hier noch einer oder was? 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 Muss hier weg, das wird jetzt sowas von die Scaf Party Hockt hier noch einer oder was? So viel los hier Yo, dude Scaf Player Wanna extract, though? Yeah, but you're two Knife's out now Yeah, yeah Wait Got one There's so many, though Yeah, you have knife, alright Alright, we go downstairs, let's go Downstairs and out Let's go I have everything, I'm good Yeah, yeah, turn around Yeah, let's go I don't need it that much Let's go No, no, wait, wait Downstairs, downstairs Dude, other way Come here Come here Down the, down the escalator Not there Okay, I follow you Oh, you go first Down the escalator through the thingy Where we go? Main, main exit yet? Yeah, whatever Go, go, go Go Er will mich da vielleicht irgendwo reinführen All good, let's go Run on players, Scaf Go, go, go Vielleicht kommt gleich einer oben Hey, Bolentos Alright, come first Look around Okay Yeah, yeah Wait a second I'm out of stamina Okay, I look both Yeah, I sniped somebody down here I want his dog tag And there was a PMC around His friend Scaf on the left All good There's my kill There's my kill from up the window I sniped him This guy there I sniped him Okay, okay Looting, looting I wait, you are not stuck Yeah, yeah There was a teammate of him So I have to look One sec He's looted already Alright Let's go, dude Good work Have a good one See ya So, Leute Noch einen schönen Extract am Ende Mach mal hallo YouTube Mach mal hallo YouTube 8800 4 Shooterboard in Heaven Kills 1, 2, 3, 4 In einer Runde Kann man machen Kann man machen Leider habe ich kein einziges Dog Tag Aber was willst du tun? Was willst du tun? Verewigt euch War trotzdem, glaube ich, eine gute Runde Kann man nicht sagen Und am Ende noch ein bisschen Scaf Karma abgestaubt So Ich habe noch einen Helmtreffer bekommen Ausrufzeilen Saved war hoffentlich drin So, passt Was war der weiteste Schuss? 183 Meter Das war der im Laufen hier 183 Meter Nice Nice To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again